aus welcher zeit bist du die frage ist nicht aus welcher zeit sondern aus welcher welt ich bin hier um dir zu helfen den ursprung zu finden die eine sache die der anfang für alles ist in deiner welt mit dem einer heute ist der tag in dem alles angefangen hat der nun meine will in diesem knoten untrennbar miteinander verbunden alles wiederholt sich keiner von uns bereit ist loszulassen ich will endlich wissen was die wahrheit ist warum bin ich hier die apokalypse in deiner welt sie geschieht auch in unserer auch glaubst du sein lässt bis hier alle sterben werden wir müssen verhindern dass es jemals passiert wenn es nur eine welt geben kann eine welt ohne dich ist das nicht das was du wolltest wir können unserem schicksal nicht entkommen was sind sie noch von mir ich will dass seine reise endlich ein ende findet es ist und so beginnt alles neu das ist Bis zum nächsten Mal.